So, moin! Ich bin Hendrik Lüders, BFF-Member aus Hamburg. Fotografiere People & Portrait, größtenteils im Corporate-Bereich, sprich alles für Firmen, wo Mensch drauf ist. Und ich würde liebend gern jetzt tatsächlich ein Lob-Lied auf mich selbst singen. Das mache ich total gern, aber was ich noch schöner finde, ist, wenn andere ein Lob-Lied auf mich singen. Also machen wir das doch so. Finde ich ganz geil. Hören wir doch mal rein, was sie zu sagen haben. Was mir zu Hendrik Lüders einfällt, Achtung Suchtgefahr. Wer einmal mit ihm shootet, der bleibt richtig hängen. Ich habe jetzt dreimal mit ihm gearbeitet und ich muss sagen, jedes Mal top. Er hat ein erstklassiges Auge, ist super spontan und kreativ und vor allem, er hat immer einen guten Spruch auf den Lippen. Ja, was kann ich zu Hendrik sagen? Hendrik? Wenn ich bei Hendrik bin, um aktuelle Bilder zu machen, merke ich nicht, wann das eigentliche Shooting losgeht, weil wir die ganze Zeit quatschen und das ist super. Danke dir. Ich weiß nicht, wo der Typ solche Energie hernimmt. Kein Scheiß. Keine Ahnung, woher das nimmt, aber er ist auf jeden Fall ein super feiner Kerl und Hendrik, bleib auf jeden Fall so wie du bist. Gib weiter 110, 120 Prozent, was auch immer und ja, hab Spaß am Leben. Hendrik ist ein feiner Typ. Seine Witze sind irgendwas mit Baggern und Schwimmen, verstehe ich nicht, höre ich auch nicht mehr so richtig zu, aber ich arbeite trotzdem ganz gerne mit ihm zusammen. Auf dich! Hendrik, der engagiert sich schon seit vielen Jahren für Leuchtfeuer. Er macht unter anderem die Porträtfotos der Mitarbeitenden für die Leuchtfeuer Website und er hält viele unserer Benefizaktionen und Veranstaltungen auf schönste Weise fotografisch fest. Die Zusammenarbeit mit Hendrik, die zeichnet sich dadurch aus, dass wir am Set immer eine freundliche, offene und lustige Atmosphäre haben und Hendrik nimmt sich immer Zeit für die gemeinsame Ideenentwicklung und das trägt wirklich dazu bei, dass die Ergebnisse toll sind und die Arbeit einfach auch total viel Spaß mit ihm macht. Hendrik und ich haben schon einige richtig gute Jobs gemeinsam gemacht aus der Industrie- und Corporate-Branche und das Wichtigste ist ja, dass ich und auch die Kunden vor allem immer wieder buchen würden. Hendrik ist nämlich ein super toller Fotograf, macht klasse Bilder, schafft es jeden auch schwierigen Kunden locker zu machen, vielleicht auch, weil er mal über sich selber lachen kann und sich nicht zu schade ist, sich zum Hampelmann zu machen. Und dann ist er natürlich professionell und zuverlässig und nett und pünktlich und alles, was man sich wünschen will. Also ich liebe Hendrik, immer wieder gern. Denn er ist der beste Fotograf der Welt, er ist ein Meister der Fotografie und ich lerne so unglaublich viel bei ihm. Ja, im Umgang mit den Kunden ist er natürlich unschlagbar und wer ihn noch nie gebucht hat, hat auf jeden Fall was verpasst. Ja, also der Hendrik, also super, wirklich, also bester Fotograf, bester, bester Mann, wirklich, lass ich nix drüber kommen, also 1A-Klasse Typ, also Hendrik, 1A.